so und das letzte in dieser aufnahmesession modern horizons ihr wisst ihr habt eine hass liebebeziehung mit modern horizon 1 und deshalb gucken wir uns modern horizon 1 mal an mit modern horizon 2 ist ja wesentlich besser gelaufen und ja deshalb modern horizon 1 fm raid die musste ich mir damals bestellen weil sie nicht gezogen habe ein maler instant ihr exeilt eine karte und bringt sie wieder ins spiel zurück also flickert die karte mit rebound habe ich im es beiweilen eine zeit lang gespielt und musste sie mir bestellen trumpet hört vier mana ihr kreiert ein 33 elefanten token mit rebound viel rebound firma fünf mana 4 4 ist der quake foot cyclops wenn ihr in spielfeld kommt können zwei kreaturen nicht blocken in den zug man kann den zeicheln um eine kreatur nicht blocken zu lassen martir's soul drei mana 3 2 mit convoke und wenn ihr spielfeld kommt und ihr keine getappten länder kontrolliert kriegt der plus zwei plus eins marken dann kann das in der dritten runde 5 4 sein krass winters rest zwei mana snow enchantment aura und wenn ihr spielfeld kommt habt ihr das verzauberte permanente die verzauberte kreatur und solange ihr eine andere snow permanent kontrolliert enttappt die nicht aha also nicht sie selber sondern irgendeine snow permanent trifolk umbra mit totem armor drei mana die kreatur kriegt plus 0 plus 2 und fügt schaden in ihrer verteidigung stärke zustand angriff stärke headless spectra drei mana 2 2 fliegen mit hell flying nicht fliegen flying mit hell band wenn man keine karten auf der hand hat und dem gegner schaden zu fickt wirft der eine random karte ab worauf fliegt der typ komisch moonblade shinobi vier mana 3 2 ninjutsu oh stimmt hier waren auch ninjas drin mit ninjutsu und wenn ihr mit einer schaden zufügt kriegt ihr eine blaue illusion token ich mir fehlt noch einen ja tatsächlich vielleicht ist der hier drin das wäre hammer salomba scavenger fünf mana 2 3 fliegen mit exploit und wenn ihr eine andere wenn eine andere kreatur stirbt kommt dann eine plus eins mark drauf und diese karte hier kriegt hast wenn ihr etwas exploited habt die karte ist einfach schlicht rebuild drei mana man bringt alle alle fakte auf die hand der besitzer zurück für 200 cycling eine zeit lang im legacy storm gespielt valiant changeling fünf sieben mal alter fünf generische zwei weiße 3 3 kostet ein mana weniger für jeden kreaturen typ unter kreaturen die ihr kontrolliert die können den effekt maximal eben um fünf mana günstiger machen mit changeling double strike okay krass first slivers chosen fünf mana 3 3 und sliver creatures you control have exalted also äh edelmut ja das kann eine menge damage bedeuten und unser rare ist ein altar auf dem ente ja zwei mana defakt ihr könnt eine kreatur opfern um einem spieler karten millen zu lassen eine höhe der angriffsstärke der kreatur die gemillt wurde legacy hogark das ding ist voll mit legacy karten snow cover swamp dann haben wir noch ob wir haben eine voll goblin oriflame zwei mana enchantment angreifende kreaturen die ihr kontrolliert kriegen plus 1 0 dann haben wir noch so ein art karten ja unten elementel token und ein serra emblem cool ja tatsächlich gar nicht mal so ein schlechtes modern horizon deck gar nicht mal so ein schlechtes modern horizon booster ja gut wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin neue blöcke exit